Wieso machen wir eigentlich Anmod, wenn die sich absprechen, was man tut? Ich weiß es nicht, aber einen wunderschönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, so perfekt heißt es mal heute mit allen aus dem Team Beats Meet. Ja, Sheriff ist eigentlich ganz geil. Ich frage mich, ob ich den auch nehmen sollte. Naja, wobei der 2-Mann-Gleich ist wahrscheinlich nicht so klug. Okay, ich nehme aber den Detective. Ich kann aber irgendwen anders nehmen, also... Nö, nö, das ist absolut fein, nehm den ruhig. Ich habe eh keine Ahnung, wir müssen rein und dann mal gucken. Also, die machen die Wand kaputt, einer macht mit so'n... Das kann ich ja nochmal ganz bestimmt mit der Drohne dann das Geld rausbringen. Also, ich habe einen mega geilen Plan. Den habe ich aus einer alten Folge, wo wir mit der Drohne geflogen sind und einer war der Minimi und der Minimi wurde in den Vault reingeflogen. Das kann man jetzt, also wurde hingeflogen. Okay, einer spielt Tech, der andere spielt Heavy und der andere spielt Minimi. Ja, also zumindest irgendwas Heavy muss er nicht, aber irgendwas, was die Wand da oben aufsprengen kann. Ja, das macht ja der Heavy am besten. Ja, okay. Und Peter spielt? Tech oder Minimi? Tech. Okay, dann gehe ich als Minimi rein. Die werden bestimmt da auch nicht safe da jetzt drauf geiern. Aber kommen die von außen da rein überhaupt? Nicht wirklich. Also, da bräuchten die schon einen mobilen Kopf. Ja, genau. Also, deshalb da rausfliegen und so. Also, lass die Drohne einfach im Vault dann auch, wenn du mich reingebracht hast. Du kannst da mit X dann wieder drücken und dann bleibt die auch da. Ja. Und dann kann ich theoretisch wieder entweder mit rausfliegen oder ich verstecke mich in den Trümmerteilen und du fliegst mit der Drohne raus, scoutest erstmal, ob einer da am Campen ist und sonst komme ich hinterher gedüst. Also, wir werden hier auf jeden Fall... Weil ich kann ja klein, glaube ich, nicht auf der Drohne mit Geld stehen, ne? Das ist richtig. Konnte man klein. Dann müssen wir rechts da an die Seite. Ja, lass mal hinter den Häusern da verstecken, damit, äh... Okay, funktioniert nicht. Egal. Oh, kann man über die Stromleitung da rüber? Weiß ich nicht. Ja, ich schieße mal sofort auf, ne? Also, die werden safe wahrscheinlich da neu klein drauf haben, aber mal gucken. Ist ja noch nicht. Ich habe meine Robbermaske leider nur auf M gerade gelegt. Ist mir aufgefallen. Ah ja doch, hier vorne am Haupteingang rennt er rum. Haupteingang, Haupteingang. Hat sich überhaupt nicht dafür interessiert, dass das kaputt ist. Okay, Peter, ich come to you. Ah, da ist es doch schon passiert. Mach einfach mal auf, ne? Also, da war, glaube ich, der Sheriff, wenn ich das aus dem Augenwinkel gesehen habe, ne? Kannst ruhig hochfliegen. Ja, Sheriff? Genau. Ich sehe niemanden. Doch, oh nein, nein, Peter. Der guckt gerade da rein. Weg, 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 weg. Okay, hier ist gut. Also, da steht unten vor einer und guckt da rein. Ja, die versuchen da jetzt reinzukommen wahrscheinlich. Kannst du ein bisschen höher fliegen? Ja, das war wohl aus. Ich habe hier wieder nicht die besten Frames in diesem Spiel, muss ich leider sagen. Schade. Da kommt die Drohne. Exakt so, wie du es gesagt hast. Wieso? Ja, ich sehe gerade niemanden. Wir können es probieren. Let's go. Ich bin drin. Nice, danke schön. So, machen wir hier doch mal. Ich gehe mal rein und mache mal die Dinger auf. Was? So, Bram ist schon dead. Okay, nice. Vor mir ist er umgefallen, der Dulli, Alter. Warum? Hä? 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 Was hat er getan? Das war ich. Ah, da ist die Drohne. Warte mal, wo ist denn der andere Volt überhaupt? Wie kommt man denn da rein? Da wollte ich noch gar nicht gucken. Okay. Also, pass auf, ich habe eine gute Erklärung dafür. Nice, aber du bist schon raus. Das sah auf die Distanz. Ich habe versucht, zu der Drohne zu laufen. Das sah aus der Distanz so aus, als wenn er eine Maske aufhat und einfach nur rumsteht. Das ist ja super funny gewesen. Okay, mega smarter move. Wir haben jetzt 60.000 hier drin. Das ist okay. Zieg mal raus, Peter. Weil ich komme alleine auch raus. Hört, ich fliege raus. Ablenkungsmanöver ist real. Ja, in der Distanz, das musste ich auch schon ein paar Mal feststellen, da lädt das Spiel leider die Texturen nicht. Okay. Und dann dachte ich mir so, nice, der steht jetzt da hinten und macht dann halt sein Gedöns. Ich weiß nicht mal, wie ich hier rauskomme, ehrlich gesagt. Wie sind die denn in den Vault reingekommen? Vorne, vorne bei euch. Am Eingang. Wo wir gespawnt sind. Ja, da. Oh, oh, der schießt jetzt auf die Drohne. Ja, ist gut. Er hat natürlich gesehen, dass ich kein Geld dabei hatte, ne? Ja, ist doch gut. Jetzt musst du nur checken, ob der weggeht und dann gehe ich einfach raus. Ich such ihn. Die Juwelen, die lasst du aber richtig in Ruhe. Ja, du kannst ja Kameras gucken, ne? Ich seh nicht. Wer macht da hinten, Schizzle, Dizzle? Dann kann ich raus, Peter, ne? Ich bin da in der Employee so, Leute. Lass mich sofort einmal umdrehen. Lass mich nach. Ja, ich seh nicht. Ja. Das war knapp. Ich muss die Taste verbessern, ey. Das ist für den Arsch. Was ist denn mit deiner Taste? Der hat eine Taste auf mich. Scheiße. Ja, ich hab die auf M noch gelegt und nicht auf der Maustaste. Das ist doch neuer, so, ne? Ah, ja. Ja, bei mir ist die Maske immer M. Hast du die normalerweise auf einer Maustaste oder was? Ich würde die immer auf Maus 4 haben, Alter. Wie nervig ist das, auf M zu drücken? Okay. Wie kann ich das machen? Da, oder? Ne. Da? Wie mache ich nochmal den Klick? Da, hier. Oberetage ist einer. Wie nenne ich das denn? Der läuft auch mit einem Hut rum. Genau da, wo du jetzt hinkommst. Hinter dir, umdrehen. Ja. Ja, genau. Weiter, weiter, weiter. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Der, du, der jetzt genau vor dir steht. Der. Der hier? Ja. Okay. Schön. Nice. Ähm, wie kann ich denn klicken? Mit einem Maustaste eigentlich. Ja, verstehe ich. Also die Kamera, äh, Peter, äh, Bram guckt Kameras. Also wenn ihr könnt, Kameras wegmachen. Oh ja, guter Tipp. Äh, und jetzt ist auch ein Bot am Start. Auch unangenehm. Hast du die 13.000 aus dem Boss Office geholt, ähm, Jay? Äh, na, nein, hab ich noch nicht tatsächlich. Ich hab nur die VIP gekillt. Ah, ich wollte gerade sagen, wer rennt denn hier? Bot Cop Easy City. Ah, okay. Sehr gut. Ne, alles gut. Jetzt weiß ich, wie es geht. Gim mal aufs Dach. Ja, gim mal aufs Dach. Oh, hier ist ein Cop bei mir. Ach so, okay, ja dann. Cop hier oben bei mir und der andere auch hier bei mir in der Lobby jetzt. Ich kann ja mal einen Donut snacken. Ja, 88.000. Also ich, äh, fürchte, ich habe keine Ahnung, wie die in das Geld gekommen sind. Ja, ja, der eine Volt bringt halt 60, wa? Das passt also genau, den man von außen aufmachen kann. Volt B. Okay, ich habe reingetrollt. Eine Kamera weggemacht. Ha, der Bot Cop wurde hier, ah, er wurde festgehalten von den Nomados. Ja, mal Chris, ey. Ich schaue da mal ab, wa? Ja, mach mal. Ich glaube, der arme Bram, der soll nicht weiter leiden. Resume. Hallo. Hallo. Bram, was ist da los gewesen? Ja, pass auf, also, ähm, in der Distanz, ich wollte den Drohnen-Dude holen und in der Distanz sah das so aus, als wenn einer, äh, halt da einfach steht und der eine Maske aufhat und die Maske hat er dann quasi, erst als ich dann näher rangemitte, ist die Maske verschwunden, aber da dachte ich, logischerweise, er hat die abgenommen. Oh, der Klassiker. Oh nein, was? Das Witzige ist, ich wusste genau, wie ihr da in den Volt kommen wollt, ich konnte nichts dagegen tun, weil ich nicht weiß, wie man da hinkommt, wo ich hin wollte. Naja, ihr bräuchtet wahrscheinlich einen Cop, der irgendwie auch springen, Double-Jump oder irgendwie sowas machen kann, wa? Ja, um da reinzukommen und sonst musst du halt einfach noch bewachen. Die, die von in den Volt aufmachen kann. Ja, viel Spaß. Ja, ich nehm mal Wände für Sternen. Geht halt auch von außen. Na, gute Frage, wie kommt man denn da hin an die Stelle? Also, es gibt gar keinen, der sich so groß bewegen kann, glaube ich, bei den Cops. Krampolin ist Robber. Feuerwehr mal mit den Leitern. Ein bisschen zumindest. Da kommst du auch nicht da ganz hoch. Leiter auf Leiter stellen vielleicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt nochmal das gleiche machen. Ja, ich auch nicht. Können wir den Feuerwehrmann nehmen. Immer Cyberpolice, ich glaube, die hacken jetzt. Es gibt so viele Juwelen, dass du eigentlich mit dem Mafia Boss spiele müsstest. Ja, ist auf jeden Fall auch richtig. Das heißt, wir machen eine Ablenkung. Du machst jetzt zum Beispiel Mafia Boss und Sepp und ich tun so. Ne, Sepp deckt dich und ich tue so, als würde ich die Volts ausrauben. Ist das ein Plan? Also, du versuchst quasi die Juwelen zu holen. Nimm am besten der, der das Glas. Ach nee, warte mal. Sepp, wenn du den, der das Glas machen kann. Das ist bei Stealth der zweite von links. Oberste Reihe. Agent. Ja, ihr beide versucht Juwelen zu machen. Sepp, du machst das Ding auf. Jay nimmt die und du deckst ihn, also guckst dich um. Und ich mache Stress bei dem Volt, der dann in dem Moment gerade am weitesten weg ist von euch. Beziehungsweise kannst du von außen aufmachen? Du kannst auch von außen aufmachen. Außen aufmachen. Ich kann auch Grappling Hooks dann später rein. Ich spawne Hotdog und leg da Waffen. Okay, komme ich auch Hotdog. Ja, ich will halt nicht direkt wieder offensichtlich starten. Ja, stimmt schon. Ja, vor allen Dingen bist du halt... Ja. Falschtes Geiles. Hier liegt, äh... Alter, geile Waffen, ey. Frage ist, wie komme ich da jetzt vernünftig hin, ohne dass die mich jetzt abschießen? Ich guck mal. Da kommt auch direkt der Feuerwehrmann. Der Feuerwehrmann ist da. Du hast geschossen. Das war schon richtig Arsch. Der hat schon einen Sassy hier. Der rennt hier vor dem Taxi-Stand rum. Kommt der? Nee, geht zum Haupteingang. Kommt, 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 kommt. Kommt rum. Geht zum Hotdog. Mann! Der kommt. Hier ist der Taxi-Stand. Hier hat gerade einer schon geschossen. Irgendwo hier auf der Seite. Du weißt das gar nicht. Ich weiß das nicht. Das war ich auch nicht. Dann haben die... Das war aber eine Tommy-Gun. Dann haben die auf jeden Fall... Oh nein. Ja, genau. Das ist eine Tommy-Gun. Die versuchen uns zu killen. Ja, ich weiß. Der hat gesagt... Ich dachte, der wäre schon da. Ja, da kam halt einer um die Ecke. Ich war mit Waffe gezückt da. Okay. Andere ist jetzt auch hier am Haupteingang. Deswegen habe ich halt geschossen. Okay, meinst du startest du nicht mit dem Shit dann nochmal neu? Ja. Das ist richtig. Ich cutte Glas. Einen habe ich gemacht. Weiß. Ich habe jetzt ja auch den Karabiner. Karabiner? Ja. Wo bist denn du? Links oder rechts reingegangen? Hier ist gecuttet. Okay, okay, okay. Auf die andere Seite gehe ich jetzt. Wollen wir die anderen Juwelen? Wo waren die denn? Unten? Ja, im Business-Bereich. Die mache ich jetzt. Die rennen hier wieder rum. So, ich habe die jetzt wieder auf den anderen Void geschickt. Jay, die anderen sind auch offen. Mhm. Mhm. Ja, okay. Och nö, jetzt haben die da oben wieder aufgemacht. Ja. Ich will erstmal die Kameras hier wegmachen, damit die da nicht mehr beim Klauen zugucken. Ja, macht Sinn. Ich versuche dir zu helfen. Also wäre gut, wenn ihr eher so beim Boss-Office gerade Stress macht. Ich versuche dir ein Camouflage-Screen-Ding. Aber beim Boss-Office bin ich auch gerade. Hier würde ich jetzt auch den Vault aufmachen. Mach mal. Ich habe dir mal ein Camouflage-Screen. Sagt, du bist falsch des Geistes. Ja, ja, ich habe dir ein Camouflage-Screen dahin gemacht. Hier oben auf dem Daff ist auch noch nichts. Ich mache dir mal die Tür zu hier, damit die nicht sehen, dass du da bist. Vault ist unten offen. Da kommt jetzt auch irgendwo einer. Hä, das sind Steppen, aber wieso kommen die nicht hier? Ich verstehe das auch nicht. Sind die Insider? Hier ist immer noch keiner beim Vault. Keiner ist Feuerwehrmann, Leute. Ja, Feuerwehrmann ist hier oben. Kommt jetzt, glaube ich, der ist hier oben. 56.000, 60.000. Feuerwehrmann ist hier oben bei mir. Also der eine kümmert sich um den einen Vault. 72.000. Ich versuche gerade runter zu gucken, aber ich sehe einfach nicht, wer hier rumschießt. Dabei hätte ich das, glaube ich, sehen können. Das ist ein bisschen mies. Einer von den dreien hat er die Kamera kaputt gemacht. Hier läuft einer als Manage nur rum. Das war ich. Das war ich nochmal. Rennst du gerade zwischendurch? Ja, super. Was ist mit dem anderen Vault? Wo ist der andere? Der ist unten, der andere Vault. 80.000, 84.000, 80.000, 96.000. Nice. Der Feuerwehrmann rennt hier oben rum. Ich töte mich jetzt quasi. Hier aufmachen. Fuck. Hier. Ja, ich bin im Vault unten vor Ablenkung. Mach ich. Scheiße. Der ist hier bei mir, der ist hier bei mir, der Feuerwehrmann. Ja, ich komme hier nicht raus. Feuerwehrmann kommt runter mit dem Aufzug. Ich komme zu dir, James. Warte. Die haben sich gerade gegenseitig beschossen. Ich liebe es. Ich komme hier halt nicht raus. Das ist großartig. Okay, das klang so, als wenn die in einem der Vaults drin sind. Aber wie sind die da reingekommen? Haben die den Vault aufgemacht und wieder zugemacht? Oh, halt ab. Die wissen die Map nicht. Scheiße, ich komme hier gerade auch nicht raus. Moment. Ich bin hier gezückt mit Waffe, um mich zu verteidigen. Ich versuche auch irgendwie unauffällig zu dir zu kommen. Ich kann ja aufmachen. Warte, warte, warte. Ja, ja, ja. Ich bin jetzt draußen. Komm mal. Leit die da nicht hin. Welche ist denn die offene Wand? Wie? Muss auf. Oh Mann! Sag, komm. Alter, jetzt mach auf. Schnell, 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 schnell. Ich habe kein Leben. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Junge, ich weile dich schon so schnell, ich kann. Der kommt. Habe ich natürlich eins damit bekommen. Der ist auch noch voll. Hey. Hast du das auf die Kiste geschossen? Ja. Da piepen wir ich. Also hier ist keine Kiste und ich sehe auch kein Mini. Die sind beide unten bei den Juwelen. Und da sind noch zwei, drei Leute drin. Alter, wir haben sie alle getötet. Holy shit. Alter. Da kommt er. Ich habe es weg. Nice. Okay, jetzt haben wir kein Leben, ne? 4.000. Denk drauf, pass drauf auf. Ja, gut. Ich habe mit dir gefightet. Der ist der letzte. Ich bin auch noch da. Ah, okay. Ein 4.000er. Das Geld war nicht gut geworfen. Ja. Wir spielen einfach Deathmatch jetzt, oder was? Ah, 96.000 haben die. Ah, Mist. Tschadim. Den habe ich nicht mehr aufgerhalten. Warum die denn das ganze Geld schon wieder her? Ne, auslangen kannst du nicht, Jame. Beide Walls sind offen. Der eine von außen, der eine unten ganz normal offen. Okay, sonst gehe ich zu dem einfach außen. Wie kann ich denn sprinten mit dieser komischen Fähigkeit? What? Bist du gerade an? Ich war in Fahrstumpen gestorben. Oh mein Gott. Ich hatte die 4.000. Ich wollte einfach nach oben abhauen. Oh mein Gott. Hm? Wow, steht einer von den beiden. Ne, das ist der Bereich, ja. Jay ist einfach in den Tod gefallen. Auch gut. Wie geht das denn? Ich konnte nichts machen. Er hat einfach den Knopf gedrückt. Bin nach oben gefahren und bin gestorben. Der Fahrstuhl ist halt Buggy. Oh mein Gott. Oh lol. Hinter dir liegen noch die Waffen, die ich gespawrt habe für mich. Ja. Oh mein Gott, Alter. Wenn wir das jetzt noch, wenn wir das jetzt liegen lassen, ne? Hier komme ich am besten raus. Links und dann durch den Haupteingang. Züng die Waffe. Nimm die Waffe hinter dir und züng die Waffe doch schon. Ich hab doch ne Waffe. Ja, ne von... Okay. Gut. Und dann zück die Waffe sonst. Oh, der ist hinter dir gewesen. Nicht Fahrstuhl fahren. Okay, also nur noch Sepp ist da und der muss nur 4.000 holen. Ja. Das ist schlecht. Ich weiß auch nicht, welche Klasse Sepp ist. Ich kann zwei, ich kann zumindest zwei Autos gerade sehen. Von hier ganz oben. Mit ner Sniper Rifle. Ich seh immer noch keinen. Ich seh immer noch keinen. Alter. Ist immer noch keinen. Ich schieße auf dich. Oh, oh, oh. Boah. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben verloren. Nein, nein. Okay, dann geh ich in die andere Richtung. Ich kann nur den, wo die gerade die Kohle rausgebracht haben, nicht sehen. Das Problem ist halt, ich frag mich halt, ob ich hier schnell genug den Typen, also den erschießen würde. Ja, ja, müssen wir dann machen. Nice. Weil du noch rumgetrollt hast, Alter. Ich wollte das halt safe machen, dafür ich ihn sehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich wollte das nämlich dann nicht sehen. Dankeschön, dass du das Geld nochmal aufgeworfen und abgenommen hast. Dadurch hast du dich was verändert in meinem Bild, dadurch konnte ich dich sehen. Alter nicht, er hat dieses komische Fähigkeit benutzt. Ich habe den Kamouflage-Screen benutzt. Ach so, ja, irgendwas hast du auf jeden Fall verwendet und das ist dann so gepoppt in meinem Bild. Ich weiß immer noch nicht, wie er an die Kohle kommt, aber wir haben ja gewonnen. Ja, Jay ist ärgerlich an einem Fahrstuhl-Bug gestorben. Das war ein bisschen belastend, aber hey. Na, passiert. Dreh eine Runde. Ja, ich nehme jetzt mal hier den Hornet-Boy, damit ich da hochspringen kann. Reinforce jetzt hier die Wände. Okay, das war wild. Als ob er das sieht. Das sollte aber nicht so sein. Ja, keine Ahnung, was wir jetzt machen. Also, die haben das mit den Juwelen noch nicht gecheckt, muss man sagen. Ähm, ja, aber gut, damit haben wir jetzt ja quasi... Also, wenn wir außen auf... Wenn wir nochmal aufsprengen, ich könnte mit dem Scout einfach hochklimmen die Woll. Ja. Wollen wir mal Grappling hoch. Aber die rennen da schon häufig rum, ne? Also, du brauchst auf jeden Fall einen, der dich deckt. Ja, gut, kann ich ja machen. Äh, weißt du, die hat gerade auch nicht funktioniert. Ja, ich sollte ja auch mehrere Sachen gleichzeitig machen. Drinnen, Ablenkung sorgen, dann auf einmal draußen eine Tür aufmachen, was vorher überhaupt nicht der Plan war. Bist du jetzt der Dude, der da hochklettern kann? Nein, also, ich hab gerade den Scout noch ausgedrückt. Ja, ich hab den Heavy da da aufmachen. Dann macht ihr beide das doch und ich versuche, innen drin Juwelen zu klauen oder so. Komme ich vom Dach aus rein ohne Feuer? Wisst ihr das? Okay, er ist schon da, er rennt hier rum. Kann das jetzt noch nicht machen. Oh, er hat einen Dreifachsprung, Jay. Der Plan wird nicht aufgehen, der würde da reinkommen. Okay. Der ist hier auf dem Dach drauf. Oh, da wo ich markiert habe, Jay, ihr seid auf dem gleichen Dach, glaube ich. Ich glaube, der hat ein Jetpack oder sowas. Ja, der guckt da von oben. Guckt der da hinten? Also, das können wir nicht machen, fürchte ich. Let's go down. Ja, dann gehen wir erstmal woanders hin. Wir können auch noch andere Sachen machen. Ja, ich gehe erstmal rein, versuche den anderen Volt aufzumachen. Also, einer ist ja jetzt zumindest schon mal draußen beschäftigt. Ja, richtig, wenn er draußen beschäftigt ist, ist es ja auch easy. Wir können das Ding ja auch von innen aufmachen. Ja, richtig. Bei mir ist der im Aufzug, fährt hoch. Okay, noch habe ich nichts gehört. Was ist da los? Ah, ne, hier steht draußen auf dem Dach. Da kommt ein Helikopter runter. Da oben ist einer. Als ob der im Aufzug fährt und dann überlebt. Das ist ja frech. Warum nicht? Oh, ich glaube, ich habe gepiept, ohne das zu sehen. Ich mache den Volt von innen auf, ja? Ja, mach mal. Weiß jetzt nicht, wo der ist. Wissen wir gerade nicht, wo der ist, ne? Nein, einer ist auf jeden Fall nach oben. So, der ist von innen jetzt schon mal auf. Das heißt, der von außen kommt, äh... Okay, einer ist hier oben. Ach, der ist aufzufährt nach oben, oh mein Gott. War bei dir irgendwo auf der Seite, wa? Ja, unter mir. Der von außen wird jetzt auch wahrscheinlich reinkommen, nehme ich mal stark an. Das heißt, du könntest... außen aufmachen? Ja, ich denke schon. Aber mach mal. Aber dann sind die auch schon von drinnen, ne? Drinnen. Ach so, ja, das ist natürlich logisch. Aber gut, von außen kommst du am besten raus halt, ne? Ja, da, ich versuche hier noch die Juwelen fertig zu machen. Der Volt hier ist offen. Ich hab die Wand mal verstärkt von dem Volt hier oben. Ja, ich weiß gar nicht, wo das Feuer ist. Ah doch, hier unten ist das Feuer. Hab ich. Kommt hier. Oh Gott, der ist oben. Ja, der ist oben. Hat der kaputt gemacht? Der hat auch in eine Kiste geschossen. Naja, der hier auch. Der hat geballert, richtig. Er hat mich. Bram hat mich in der Kiste... Ich dachte, der steht da, wo du gerade startest, Peter. Scheiße. Der ist gerade an mir vorbeigelaufen. Wo kam der denn her? Was passiert hier, Alter? Die schießen auf Kisten. Ja, weil sie jetzt wissen, dass ich eine Kiste bin. Ja, da liegt auf jeden Fall viel Geld. 21k ist jetzt schon nicht wenig. Der andere ist bei den Juwelen und der andere ist hinten. Das war eine normale Kiste, die da wirklich steht. Hier unten liegt ganz viel Geld. Ja, die sind als Kisten unterwegs. Oh. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld da natürlich liegt. Der geht nach oben. Die gehen gerade auf alle Kisten. Ah, der eine ist auch bei Vault B. Ich würde halt auch trotzdem von außen noch aufmachen, damit die komplexen... Ja, mach das mal. Die sind jetzt hier gerade überall. Ich komme hier gar nicht weg. Die sind gerade bei den Juwelen. Einer, zwei, beide in der Lobby. Hier, komm hoch. Komm hoch. Das ist ein Kratsch, Alter. Kaputt geschossen. Kommen die denn aus der Kiste raus, weil du die anschießt, oder? Ich weiß halt nicht, die Juwelen werden gerade unten gesnackt. Zumindest wird da gerade der Sound gemacht. Die Kiste hier, die habe ich schon mal angeschossen, aber... Ja, aber die Sachen sind trotzdem gerade aufgegangen. Alter, hier draußen sind keine NPCs. Die gehen echt try it. Hm. Ich mache sofort von außen auf. Das dauert, um mal alles ein bisschen hier sich zu bewegen. Sammy, was ist los? Guck mal, ja. Von außen ist jetzt auch auf. Einer Main-Lobby raus. Läuft zur Seite. Jojojojui. Was, ob es ist open? Ja, das ist ja nur eine kürze Zeit offen, oder? Ja, richtig. Also alle sind nicht Kiste, weil irgendwer hat hier den Raketenwerfer. Ja. Geht's auch in den Vault rein. Wollen die den kaputt gemacht, obwohl ich den verstellt habe? Ich weiß gar nicht. Oh, das hätte ich nicht drücken sollen, ne? Und der Boss-Off ist offen. Also alle Vaults sind auf und der oben von beiden Seiten. Ja, habe ich gemerkt. Die sind hier als der andere. So, jetzt müssen wir uns für einen entscheiden quasi und den gemeinsam versuchen zu machen. Warum wollen wir den Mochen? Ne, den Vault meine ich. Achso. Einer ist gerade oben bei Vault B. Ist runtergerannt. Warum geht das nicht kaputt? Wieso ist denn das? Hey, das hatte ich doch schon aufgemacht. Achso, ich habe den anderen Knopf jetzt gedrückt. Sehr komisch. Der Vault hier unten ist immer noch voll. Sepp, ich habe deine 21k geklaut. Das ist sehr gut. Ja, das ist gut. Ich versuche hier die anderen Juwelen zu holen. Also einer bei mir, die versuchen die Juwelen auf jeden Fall gut zu protecten. Die sind beide hier. Könntet in Vault gehen. In welchen? Ich weiß es nicht. Ist das oben oder unten? Ist die oben oder unten? Die sind beide, ich markiere es hier die ganze Zeit. Die sind beide hier bei den Juwelen. Okay. Einer ist wieder weggerannt. Was landen die denn hier die ganze Zeit? Oh, wie die... Das war echt. Die Juwelen sind weg teilweise. Die liegen wahrscheinlich hier. Wird der weggeschmissen. Einer von den beiden hier wird das sein. Ich bleibe mal hier bei. Gehe mal weiter. Okay. Dann tendiere ich zu dem Grün, weil der Graue die ganze Zeit das ganze Level-Over-Junder stand. Ich weiß aber nicht, wohin. Einer ist immer noch hier. Bei den Juwelen kommt er in die Lobby. Komm mal zu dir, Jayme. Zum Decken. Einer ist oben bei der Arcade. Und der andere ist in der Lobby. Also macht mal irgendwie ein Vault. Ja, Perl, komm zu mir hoch. Voll B. Der fliegt jetzt auch mit irgendwas rum. Ja, ich komme. Der hat so eine Drohne. Ja, der andere ist hier vorne bei mir immer noch bei den Juwelen. Wir müssen eigentlich hier das Ding kaputt machen, ne? Kommt man da nicht durch ohne? Ich glaube nicht, dass ich da ohne durchkommen werde. Ich probiere mal. Und hier wird gerade... Hier oben wurde gezwinkt, gezwackt, gehackt. Gehackt? Ja. Oh, lol. Kommt eine Drohne. Was ist meine? Ne, klappt nicht. Jetzt kommt er nach hinten. Oh mein Gott. Machen wir das, Peter. Ja, kann sein, dass der da jetzt einfach wieder hinstellt, ne? Ja, das stimmt. Können's von außen nochmal probieren. Jetzt von innen ist er tatsächlich nicht hin. Okay, dann guck du. Ja. Scheiße, er hat mich... Ah, er hat gezählt. Er hat die Boxen gezählt. Okay, die haben hier vorne das Ding kaputt gemacht für den Volt B. Oben? Da war noch einmal zwei Kisten unten. Aber man passt jetzt doch ein bisschen besser auf Kisten auf. Okay, wie kann ich euch denn noch beim Volt unterstützen? 59 K. Ja, geh raus. Kommt. Hab ihn gekillt. Nice. Sehr gut. Der andere weiß ja nicht, wo er ist. Ich hab das Geld weg. Nice. Oh, das ist mal verpissen. Mach mal ein, ich mach noch die Juwelen hier vorne. Der folgt dem mit Jetpack, Jay. Der folgt dem mit Jetpack. Komm her. Das ist schlecht. Ja, ich kann nicht herkommen, Mann. Ich bin falsches Geist. Oben beim Volt. Das ist, Peter. Shit. Und hier vorne bei den Dingern schmeißt einer gerade Sachen raus. Oh mein Gott. Peter, ich komm zu dir. Für wat? Ich schmeiß Geld hier hinten raus. Und ich geh einfach selber raus. Die Kiste, die Kiste bringt das Geld weg. Die Kiste, die Kiste bringt das Geld weg. Du weißt, dass du da hinten rechts auch in den Untergrund kannst, ne? Die Kiste, die Kiste bringt das Geld weg. Geht weg! Oh! Ich hab mich nicht gekillt gekriegt, weil ich nicht, ich hatte keinen Treibstoff mehr. Ich konnte, ich konnte nicht über dein Auto drüber schießen. Oh, leck mich da mal. Das war eine harte Runde, ey. Scheiße. Oh, war das knapp, Chris, ey. Ja. Wilde Folge Perfect Heist 2 hat Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis dahin, haut rein. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.